Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von petshop.de vorstellen. Und die Anwendung oder auch die Internetseite kennt schon einige, denn dort gibt es zum Beispiel Tierbedarf für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reptilien und vieles, vieles mehr. Und mit dieser mobilen Anwendung kann man auch wunderbar, schnell und einfach von unterwegs mal einzelne Produkte nachbestellen. Gerade so beim Tierbedarf gibt es natürlich einiges, was vielleicht mal ausgeht, was man nachbestellen muss. Und das funktioniert hier auch ganz einfach mit dieser mobilen Anwendung. Und wenn man die öffnet, hat man auch gleich die Möglichkeit, hier unter Produkte anzeigen in die einzelnen Kategorien zu gehen. Und die sind auch wirklich ziemlich sinnvoll strukturiert. So kann man hier gleich wählen, welches Tier man besitzt, zum Beispiel eine Katze. Und kann dann hier in den unterschiedlichen jeweiligen Kategorien aussuchen und weitergucken, was man denn eigentlich haben möchte. Futter wird natürlich am häufigsten, sag ich mal, nachbestellt. Und hier kann man dann zum Beispiel hier auf Trockenfutter filtern. Und jetzt bekommt man hier auch noch einiges angezeigt. Zum Beispiel wählen wir jetzt einfach mal Best Choice. Das müsste, glaube ich, die Marke sein. Und hier hat man dann die einzelnen Produkte, die einem angezeigt werden. Und die kann man natürlich auch ganz einfach dann bestellen. So sieht eine Produktseite aus. Die sehen eigentlich immer gleich aus. Oben gibt es ein Bild und einen Preis. Und zusätzlich kann man hier noch die Variation wählen. Das kommt halt immer drauf an. Das ist natürlich je nach Hersteller anders. Also hier nehmen wir einfach mal 4 Kilo. Da müsste sich dann natürlich auch der Preis dementsprechend ändern. Auch die Informationen laden hier gerade nach. Und hier kann man das dann auch ganz einfach in den Warenkorb legen. Zum Vergleich hier nochmal die 2 Kilo Packung. Ne, die 450 Gramm für 4,95 und 4 Kilo gibt es dann, wie man im Warenkorb sieht, für 30 Euro. Also man spart dann auch noch ein bisschen was, wenn man das größere Paket nimmt. Und es gibt natürlich auch noch viele weitere Kategorien. Zum Beispiel bei Kleintieren gibt es was. Und es gibt nicht nur Futter, sondern auch Spielzeug oder Zubehör. Und vieles, vieles. Also rund ums Tier halt. Wenn man was für das Tier sucht, findet man es hier in diesem Online-Shop auf jeden Fall. Und es gibt hier in der mobilen Anwendung natürlich auch so ein paar übliche Funktionen. Auch von der Internetseite. Man kann natürlich auf den Warenkorb zurückgreifen, auf die Suchfunktion. Man kann auch den Shop anrufen direkt hier mit der Anwendung, also vom Telefon. Oder ganz einfach eine Mail schreiben. Zusätzlich gibt es noch eine Verknüpfung zum Impressum, zu den AGB und auch zu den Bestellungen. Also hier ist eigentlich alles so wie auf der Internetseite, wenn nicht sogar ein bisschen angepasster hier an die mobilen Geräte. Das ist natürlich ziemlich praktisch. So gibt es hier im zweiten Tab auch nochmal einen besonderen Tab. Rein für die Suche. Einmal die Stichwort-Suche und die Barcourt-Suche. Das ist natürlich super. Und man kann hier im Bereich in der Mitte im Impressum, äh nicht im Impressum, im Warenkorb auch gleich die Bestellung hier fortsetzen und abschließen. Also man braucht den Computer gar nicht mehr. Man kann hier auch komplett mobil einkaufen. Im Bereich Impressum gibt es nochmal ein paar Details zum Unternehmen. Und im Bereich mehr kann man sich ganz einfach anmelden oder auch registrieren, falls man etwas einkaufen möchte. Da muss man natürlich Kundendaten, Anschrift etc. hinterlegen, was in diesem Account dann hinterlegt ist. Und so kann man dann super einfach von unterwegs einkaufen. Ist auf jeden Fall eine tolle Anwendung, können wir Kunden auf jeden Fall empfehlen. Gerade für Bestandskunden ist das denke ich ein super Service. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.